Ich bin eigentlich für behinderte Kackbogen. Sorry, mach kurz weiter. Ich muss kurz telefonieren. Ja, der Chris muss kurz telefonieren. Ich bin hier gerade ein bisschen am checken, welche meine besten Bögen sind und so. Und ja, die gehören anscheinend nicht dazu. Die kann ich allerdings auch nicht mehr, anscheinend auch nicht mehr verkaufen und so. Also kommt der weg. Was haben wir hier? 53 Kraft. Ja, ist alles schlechter. Wir haben schon die besten Bogen ausgerüstet. Wir können mal ein bisschen ausmisten. Und das hier war eigentlich auch nicht schlecht. Ich nehme das jetzt einfach mal. Und dann machen wir nochmal die Sammelgegenstände weg. Kompakt. Dann sind wir dabei. So. Und dann gucken wir mal gerade auf die Karte. Was geht hier so ab? Was machen wir als nächstes? Hier ist schon ein Fertigkeitenpunkt. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht sollten wir da mal in die Richtung gehen. So in die Richtung und dann hier so rüber zum Fertigkeitenpunkt. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Okay. So. Hallo. Da ist er wieder. Wir müssen mal eben kurz Pause machen. Ich werde hier mal einen Cut machen und zwar jetzt. Okina, da sind wir auch wieder. Wir sind wieder gestört worden. So sieht so aus. Wo bist du denn? Du schwimmst gerade da in der Bucht rum. Das ist gut. Ja, ich bin hier ein bisschen weitergegangen. Hattest du mit dem nächsten Speer hier schon gequatscht? Korrekt. Und der hat gesagt, dass ich hier hin muss. Sehr schön. Also in der Richtung hier. Das ist die nächste Aufgabe auch direkt. Und wenn wir gleich uns links halten, ist da auch der nächste Fertigkeitenpunkt. Und hier ist auch ein Champion. Den können wir auch irgendwie probieren. Ein Champion. So ein Hai. Ja, cool. Okay, gerne machen. Ich muss hier diese komischen Molche unterstützen, die hier rumliegen. Aha. Hier sehen lustig aus. Das muss ich mal die Fressen angucken von den Typen. Warte, die Quackern? Die kann ich tun. Na, ich finde, die sehen so lustig aus irgendwie. Oh. Na, machen wir denn hier mal so n Punkt. Der kleine Reisepunkt. Und schnell einen reisepunkt. Erstmal schön, äh... Smiley auf die Karte setzen. Erstmal, lol da ist der riesige Hai, haben wir nice. Ja. Fuck. Ich kann von hier aus keinen Köpper machen. Ich würde den jetzt auch noch nicht angehen, also ich mach hier auf jeden Fall, bin hier gerade erstmal die, die diese Quest hier machen, die Herz-Quest. Ich mach jetzt nen Köpper. Huiiii. Hab ich sogar drauf. Aus der Ferne. Ah lol, das ist ne Wahl. Das war ein Buckelwahl, das war gar kein Hai. Doch, es gibt da noch ein, äh, es gibt da noch ein, ähm, ein Hai. Naja, aber den Schatten den ich hier gesehen hab, war wohl kein Hai. Ne, stimmt das, es gibt auch Wade da. Ein Feeder-Aal. Guckt euch den mal an, ey, der sieht aus wie so'n, wie so'n Penis einfach. Dieser Quagga. Ich weiß wie die aussehen, die haben wir doch schon immer als... Ich weiß, kann sein, oder? Ach, der liegt mir doch die... Nüsschen. So, wieder bei dem Typen hier abgeben. Achso, das hat der jetzt automatisch gemacht, das ist natürlich nett. Eieieiei. Ich bin schon ein weiter. Du bist ein weiter. Wie geht das denn? Ja, du bist an uns vorbeigeschwommen. Hier ist auch noch so'n Herr, äh, so'n Herr. Ah lol. Und das ist das, was ich meinte. Da bin ich gerade dran. Deswegen bin ich hingeschwommen. Alles gut so. So. Müssen wir hier machen, stammt auf Krebslöcher. Kein Problem. Scheiß Krebse. Wo sind die? Da ist ein Futtersack. Wann mach ich damit? Musst du die mitfüttern. Die Kleinen in der Mitte. Die Kukumuru? Die Krabben da. Weiß auch nicht. Ach, die hier. Hm. Spül' da nicht. Musst du hingehen und dann wie ansprechen. Ich hab's geschafft. Quagan freut sich. Dann kann ich ein bisschen das Momentar aufräumen. Jetzt hab ich einen Krebs gefangen. Krebs fallen lassen. Adrenalin steigt an. So was kann man damit nicht... Trophäe braucht. So sagen wir ja, Spitzacken. Aha, okay. Ich kann mit dem Krebs zuschlagen. Hammer, nice. Sam. Hä? Ich weiß halt irgendwie nicht, wie ich ihn füttern kann. Du musst die hier in der Mitte füttern. Die hier. Wo ich stehe. Warte, ich bin gerade am stampfen. Wird nix. Ne, da hinten. Weil doch, da kommt so ein Krebs raus. Ich hab hier. Lol. Ich hab dann die ganze Horde hier hingelämmt. Dezenter Krebs. Soll ich meinen Krebs fallen lassen? Soll ich meinen Krebs fallen lassen? Weg mit denen. Jawoll. Noch einer. Hallo. Jodam. Joodam. 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 Is denn so eigentlich der Haie schwimmt da noch hier rum. Da hinten ist er. Der Champion. Den müssen wir gleich mit allen zusammen, müssen alle mitkommen. Ein paar Viecher killen. Wo kann ich denn jetzt hier wieder stampfen? Da. Bums. Krebs gefangen. Brinkst du zu Bram oder Anruf? Hier, Bram. Hier hast du Krebs. Nein, nein, nein. Fang den mal. Nein, fick dich, du sollst die Krebs fangen. Du sollst den nicht anlabern, boah. Da steht doch fangen, also fang den. Da kann der Quanger sich mal verpissen. Ich gehe nochmal zu der Höhle da hinten. Bums. Mein Krebs. Und der nächste bitte. Ah, bitteschön. Noch mehr Krebs. Und der nächste. Dauertet ihn immer so lange. Das sind die, das machen die extra. Damit du so lange dafür brauchst, weißt du das? So. So gewollt. Oh, nicht identifizierte Farbe. Nice. Tollender. Tollender. Äh. Herr Sefonee. Habe ich die nicht schon? Ja. Was ist das? Quatsch, die wir nicht brauchen können. Naja. Auch drei Nachrichten. Silber. Löschen. Silber. Löschen. Silber. Löschen. Mein Krebs. Was für mein Krebs? Hau ab. Hier, bitteschön. Will die Jungkrabbe. So. Durch? Nee. Noch nicht ganz. Fliehender Krebs. Ach so. Oh lol. Naja, okay. Ich soll den fangen. Wie soll ich sonst lernen? Gar nicht. Boah, das ist mal ein Hai, Leute, Alter. Der ist so richtig dick, ey. Der Dach. Boah. Also da ist der Veteranenhai, den man sonst aus den Gewässern so kennt, ist der gar nichts dagegen. Nicht mich anvisieren. Nein, nein, nein. Mann, die wollen mal die Krabbe kaputt machen. Friss ihn. Ach, das gibt's nicht. Ein streitlustiger Krebs. Ja, komm mal her, Junge. Ja, der ist extrem streitlust, wirst du. Ach so, zerschört die Physiniotum-Generatoren. Die Quaggan-Gefangenen zum Fein. Tja, er ist den Champion, oder? Wirst du da wieder gedrückt. Ach, ja. Wo ist denn der nächste Teleportationspunkt? Ach, der ist direkt hier neben. Mann, und das ist doch gut. Für den Champion ist das doch optimal. Sehr schön. Fertig? Ja. Okay, dann auf zum Hai. Er ist ein bisschen weiter nach hinten geschwommen. Aber da hinten ist er. Da kommt er. Da. Jetzt sind wir auch ein paar mehr, vielleicht. Ich weiß nicht genau. Vielleicht schaffen wir es auch nicht, aber... Hai gegen Hai. Und los geht's. Killt das Monster. Der kann nicht mal eine neue Unterwasser-Würfe kaufen sollen. Ich habe letztens erst noch eine gefunden, die ist eigentlich noch gut. Jawohl, macht ihn platt. Das ist mal so das Kaliber vom weißen Hai. Die kann nix, ey. Wie der am rumspacken ist. Jawohl, macht den platt, Leute. Wuhu, wuhu, wuhu. Schön im Hintergrund halten. Jawohl. Nicht auf mich. Ja, nix kann der. Er erinnert mich so ein bisschen an der weiße Hai 3. Wo der in dieser Wucht ist. Man muss dazu sagen, dass der Chris Haie liebt. Also er mag die. Oh ja. Kann ich ja eigentlich nicht gut heißen, ihn hier abzuschlaften. Nee, aber ach, der ist ja auch... Guck mal, der greift ja auch zurück. Achso. Der wehrt sich auch. Ja, und geschafft. Äh, super. Ein starker Kurzbogen. Ein abgenutzter Schuppen-Schulter-Schutz, ey. Das ist noch viel, viel geiler. Mindestens gab's noch ein Level ab, ja. So, jetzt können wir direkt die nächste Challenge hier machen mit den, ähm... Können wir direkt hier den Meister auswählen. Was haben wir denn da? Er hat den Schaden. Manche halten länger an. Ich hab noch Ketten, ey. Ich krieg immer nur Kettenscheiße. Warum krieg ich so eine Kettendriss, ey? Ah, sicher. Bleibt ihr da hinten, alles schön. Oh, das ist doch eigentlich nice. Oh, durchbohrende Pfeile. Oh, oh. Der kennt man. Hi, gleich. Das ist ja eher für Langbogen. Vielleicht bräuchte ich einen Langbogen. Und dann Adelauge. Aber dann kann man ja auch noch wechseln. Maximaler Ausdauer. Nicht aber gut. Ach, den hier hat man dann nicht mehr. Ach. Äh, kommt mal jemand von euch, oder steht ihr hier hinten herum? Ich hab gerade noch mal einen Punkt verteilt. Ja, die anderen auch. Die hören die hier jetzt nicht so gut. Ja. Das ist keine Ausredung. Cave im Zwielichtgarten helfen. Ey, ich hab schon wieder da einen da noch für so einen, für so einen Verlies. Ja, ich hab auch schon drei oder vier, ich weiß auch nicht genau. Vielleicht können wir die immer noch machen. Oh ja, ich glaub, das letzte war schuld daran, dass ich mit Geld was aufgehört hab. Was so ätzend war, oder was? Und das ist andauernd verreckt. Wir haben so lange und so oft probiert, die Typen da zu machen. Ähm, wir sind trotzdem jedes Mal draufgegangen. Ach, jetzt scheinen die Diener schon wieder, Alter, wie lange das dauert, diese Teile kaputt zu machen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ich hab fast so, wie ein Champion. Was ist das hier? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, wir machen hier gleichzeitig auch das Herz dann da. Das ist eigentlich auch ganz gut, diese Herzpest. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Du kannst mich mal hier mit deinen beschissenen Elektrowaffen nahe. Ja sicher, wieso schmeißen die eben schon wieder mit Popo auf mich? Alter, so Minen, ey. Was für ein Gundalf, ey. Was für ein Gundalf, ey. Was für ein Leck. Oh fuck. Alter. Oh ja. Oh ja. Killt sie. Ich bin tot gleich. Bitte. Ich bin tot. Ich bin am Leben. Heilen, heilen, heilen. Oh, der nächste bitte. Wie viele Viecher hier kommen? Und komm schon, ja, jetzt verrecken alle. Das Piranhazeug ist eigentlich ganz gut. Yeah, level up. Ja, das Piranhazeug ist richtig stark, genau. So, nächster Turm da. Komm mal zurück, Linfone. Ich muss den Heimer wieder ran. Fertig. Fertig. Komm schon, lebe. Mach dir mal ruhig die Gegner an den Platz. Wo sind denn hier noch Generatoren? Da, wo ich bin. Die sind noch Kondensatoren, aber... Das ist eine Isolationszelle. Ja, die müssen wir auch noch machen, oder nicht? An dem müssen wir nicht machen. Ja, das ist ein Generator. Verwirrt, verwirrt, verwirrt. Die sehen aber relativ ähnlich aus. Naja. Eigentlich nicht. Ich hab einfach auf alles geschossen, was ein Ziel sein kann. So, Piranha ist drauf. Und dann. So, jetzt noch zwei Stück. Zwei Stück, ja. Wo haben wir denn da noch welche? Hier unten ist noch einer. Was? Ja, hinter dem Gebäude da.